Achtung, dieses Video enthält indirekte Spoiler für Star Wars Episode 9 der Aufstieg Skywalkers. Als wir in Star Wars Episode 9 die Stimmen von vielen Jedi hörten, darunter auch die von Ahsoka Tano, war eigentlich klar, dass Ahsoka zum Zeitpunkt von Episode 9 tot ist. Warum Ahsoka aber sehr wahrscheinlich zum Zeitpunkt von Episode 9 und auch nach Episode 9 noch lebt, werdet ihr in diesem Video erfahren. Wenn ihr keine weiteren Star Wars Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr außerdem gerne diesen Kanal abonnieren. Vor wenigen Tagen postete Dave Filoni, der Regisseur von Star Wars The Cloners und Star Wars Rebels, ein Bild von Ahsoka Tano und Gandalf. Zur Vorgeschichte muss man wissen, dass Filoni bereits nach Ahsokas Duell mit Vader bestätigte, dass sie überlebt hat. Auf dem Bild sagt Gandalf zu Ahsoka, die Leute dachten auch ich wäre tot. Und nun schau was sich herausgestellt hat. Dies ist eine Anspielung auf die Herr der Ringe Trilogie, in welcher Gandalf der Graue als Gandalf der Weiße wiedergeboren wurde. Nach der letzten Staffel von Star Wars Rebels bezeichneten viele Ahsoka als Ahsoka die Weiße. Wenn man also Dave Filoni vertraut, ist Ahsoka Tano nicht tot, sondern sie lebt noch. Denn Ahsoka gehört der Spezies der Toghuta an. Diese werden im Schnitt 100 Jahre alt. Zum Zeitpunkt von Episode 9 wäre Ahsoka also 70 Jahre alt. Dazu kommt noch, dass die Lebenserwartung von machtsensitiven Toghuta doppelt so hoch ist. Daher besteht also immer noch die Möglichkeit, dass sich die Wege von Ahsoka und Rey eines Tages kreuzen. Die Frage, die man sich hierbei natürlich stellen muss, ist folgende. Wo war Ahsoka? Und ich denke, dass diese Frage mit Sicherheit irgendwann einmal in einer Serie beantwortet wird. Für Disney wäre es auf jeden Fall sehr lukrativ.